So Lolo, heute spielen wir wieder Terraria mit dem Tops und hier ist immer noch Blut von Sorry, Korre. Das sind die komische Viecher-Tops. Das sind sehr viele Grabsteine von uns. Das sind alle Siemens Grabsteine. Tops hat ja gerade die kompletten Wege mit Bomben zusammen gehabt. Aber auch nur, um die Viecher zu töten, nicht weil ich das aus Versehen gemacht habe. Ja, auszusehen. So, da spreche ich nämlich immer drüber, weil ich so gut bin. Und Tops, genau, ich habe die Frage gefolgt, nämlich das hier gecraftet und das hier. Heizahn erhöht durchdringend von der Rüstung um 5. Leute, okay. Ja, Julian. Was denn? Warum sind die so viele Zombies, Tops? Was sind das für Viech? Das sind Blut, Zombies. Jörn. Ja, gib mir die Schuriken. 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 Ich hab nichts mehr. Nein, ich schrecklich wieder. Ja, Jörn. Und kriegst du XB, was das? Das kriegt dann XB, hä? Äh, ich meine, äh, äh, Geld, Geld, mein ich natürlich. XB, Jörn, genau. XB, genau. Ich hab's gerade schon, kannst du ab und wegkauen. Das sind eigentlich 100 Ding. Eigentlich bräuchte ich gar nicht die Klin-Einlager, um das gucken. Das sind eh gleiche oder alles. Ich hab's gefarmt. So. Hm. Wurfmesser. Sind genauso gut wie die Wurfstaben. Die sind genauso gut. Dann kann ich den Stern hier nicht einsammeln. Äh. Leute, ich hab ein Zombie-Arm, zwölf Attack-Damage, Lord. Wissen haben? Hä? 12 Attack-Damage? Ne, meins ist besser. Kritische, 6% kritische Dings schnell. Sehr schnell. Lol. Hier drin, äh. Da sind ganze Waffen drinnen, der einen Schiss. Äh. So. Da. Das ist überhaupt noch. Boah, noch mehr. Ist so schnell der Typ, der... Ich hab mir jetzt einfach mal die Wurfmesser genommen. Ja. Äh, Jörn. Ich würde sagen, ich bräuchte noch mal ein bisschen mehr Bomben. Da kannst du dich kaufen. Aber ich hab schon, das meiste, verbraucht ihr von Geld. Drei Goldmünzen. Ja, aber wir brauchen noch mehr Jörn. Und glaubst, wir wollen mal erkunden gehen erstmal, oder? Äh, ich würd sagen, wir bauen uns direkt runter und dann erkunden, oder? Finde ich zumindest für die bessere Reihenfolge, weil... Äh. Ja, 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 ja. Müsst irgendwann so ein komplettes Viereck rund um... Rund um... Rund um... Ich hab meine Kiste gefunden. Adi, du... Kann ich hier plötzlich hin? Ja, einfach hin. Wir bauen eh demnächst aus einfach. Endlich. In der nächsten Folge wahrscheinlich. Äh. Jörn ist dick. Ist aber auch gar nichts eigentlich. Äh. Ist ein Vogel. Ne, ich komm mal jetzt zurück. Hier ist nicht wirklich was. Aaaaaaaaah... Ich will mich jetzt nach unten, ich will jetzt endlich nach unten kommen. Okakaka, ne Nether. Kann man da mal schauen? Ja, ich möchte jetzt endlich, dass wir uns nach unten graben, bomben, also bomben. Wird wahrscheinlich... Ich bräuchte was, womit wir unter Wasser atmen könnten. Das wäre für mich das einfachste, weil dann könnte ich mich einfach straight up runter bauen. die wasseruhr ist wo du siehst wie werte oben bist genau es gibt auch eine wasser es gibt aber schon mit dem unter wasseratmen ich weiß es nicht irgendwie kann man das ganze finden irgendwie wo die an den bäumen dann noch ab ich komme da runter geht es genau wer folge folge nicht gesehen hat rechts oben unbedingt abchecken da haben wir das ganze wasser herunter gelehrten sind fast sind sehr oft gestorben nicht nur fast nicht heute wollen wir das ganze was sie hier in den nether bringen dass wir hier irgendwie komplette nether fluten das lava und das wird nach als obsidian das heißt wir können über lava nach rennen also über das obsidien bis zu ganz unten nein jetzt ist hier so ein dreckspiranha das ist so als leibwache ja ich komme schon ich komme schon jetzt sind die schon wieder zu bahn das doch aufgerufen gelassen genau ich hab jetzt 50 fede meister kleine fede ist das letzte folge da war ich habe keine blöcke mehr nicht wirklich gucken bitte dass ich hoch rennen muss ja hatte ich habe nur ein paar ich habe nur ein paar so ein paar okay ich muss spielen der sparsam jobs ist reicht das auch weiter bei mit dieser ja alter ich brauche luft stehen unten irgendwie an und hier ist noch mehr wasser und weißt du was unten ist nether guck mal genau was unten ist oh mein gott ist das problem da kannst du mal chill 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 wir haben ja das genau das ist also was das bringt hier wir haben fast geschafft ich habe teleporter im magischen spiegel ja ich werde ich mich automatisch hoch teleporten egal ja das ist schon ja nice, nice, nice wir finden im nächsten noch anderen für dich so ja, bau das mal hier alles ab, Julian ok, ok, ok Dings, Jess kann es auch mitnehmen ok, weil es was anderes vor ich bin stuck da lol das ist mein Jojo wow das ist auch nicht ganz gestoppt ok kann ich mich oh, der hat gerade so ein Stab getoppt nein hätte ich gedacht, wir sind fast ganz hätte ich gedacht, wir sind unten ne, anscheinend nicht ich weiß nicht wow, das ist Lava tupst nicht roter springen das ist extrem viel Lava ach echt, Julian hä? meinst du? ja, wach doch aus tupst, wenn du Lava siehst hm wow nein, 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 nein und wenn du da weiter fasst, dann ist noch mal Lava nach links weiter fasst ok ok, ok, ok wir sind fast unten zups jetzt gold hast du gewusst, dass er die Dings abbauen kann und nach oben setzen kann was für den Ding? dass er die Rails abbauen kann und nach oben setzen kann äh, lass mal das Wasser durchfließen ja, warte, lass mal ich hab ne Idee wir könnten später unser Wasser, was direkt unter unserem Haus ist könnten wir auch, äh, abfließen lassen jaaa dann könnte man unten, dann könnte man so nen Keller bauen mit den ganzen Leuten ja was können wir machen? ist ja ne gute Idee ich hab immer gute Ideen ist das Gold da? Aua, Tops eeuuu die Frage wie komm ich da wieder hoch, Tops? was? wie bin ich gestorben? wahrscheinlich, weil du gebrannt hast, oder? jaaa auch egal ich komm auch noch wieder runter oh, es sind ja viel Gräber hier so ist das Slime? ach, Slime blömer ey ach, Slime Leute, was hast du du für den Chess? ha? was hast du da für den Chess gefunden? ne ganz coole, würde ich sagen, oder? jaaa bist du unbedingt ein Zuhausewärter ja, unten ist halt sehr ne gute Idee können wir das ablassen nein, 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 nein da ist halt der Dings runter irgendwer da hast du Lust gestört? die blaue Dings die Fackel hier die blaue Fackel ah, ja, könnte sein was Hölle bist du denn? ein Heuplett schon wieder lass mich Ruhe komm 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 tsch 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 okay, ist noch ein weiter Weg hier was zur Hölle? äh ich hab ne Taucheruhr gefunden die ist unten der ist so ein komischer Typ der schmeißt mit Sperren auf einen hä? ich flicke runter ich flicke runter und es soll jetzt so cool aus mein, du hast ja so einen blöden Spiegel ich muss das mal kurz mal ich glaube ich schmeiße einfach alles in die Kisten rein so einfach random reinschmeißen meinst du? nein, ne die allerletzte äh, random reinschmeißen äh, wo ist der jetzt? Leute, man kann gar nicht die Sierra platzieren? okay okay, da brauche ich noch runter ich brauche ein bisschen ganz runter die Seiten jetzt wird das mal haben ja wow, okay Björn ist gern seinen eigenen Bauch dran oder der Kuh? Leute, das ist ein Wizard sondern der schießt mit, mit Stein Stinksums da er ist runter geflogen ich glaube hier ist in Lava geflogen ne ist er nicht wo ist das alles? sind da ein Viecher ich gelehnt, ich gelehnt, ich gelehnt ja dann mach mal du wirst du für richtig hältst ich habe Zauberhutups gut lol ich bin jetzt Zauberer warte mal, ich bin gleich da warte, warte, warte warte ich bin offizieller Zauberer äh, ich bräuchte aber Geld ich kann mal gucken, ob ich ein bisschen ich verkauf mal diese ganzen Sachen die du äh, nicht brauchst Tops alles bis auf die Ores aber nicht alles Blöcke nicht aber die Gems oder? was sind Gems? Diamanten Smaragdor, wenn ich die verkaufe nein die braucht doch keine die sind eigentlich Justus ha? alles außer Smaragdorke du kannst alles außer Smaragdorke verkaufen ok als Smaragdorke mach ich gerne okay, wir packen juhu viel Geld gebracht ja, ein bisschen haben wir die Torbs, wir haben ein Problem was denn? da ist wieder so ein Dings so ein Obsidian Dops, Bombe Dops, ich brauche Bombe hä? Bombe, 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 Bombe fliegt die schon ich weiß 3 99er Stacks Bomben was? na ist das jetzt wird sie runter hä? trifft alles was du hast runter komm runter Jörn nein im Moment man darf die Bombe nicht so schnell werden wenn zu viele hintereinander zu schnell wird dann nutzt das einem nichts dann nutzt das einem nichts ne 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 dann nutzt das einem nichts weil du musst ja mal warten bisschen bum 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 da machen die nur kleine Schichten weg als wir das uns gelät und er immer häufiger nein Dops, du bist ja extrem laut Dops da ähm ähm ah ja stimmt, ich kann ja eigentlich das ist schon den Weg nach unten ja, hab ich die muss nur mein Baubau runterwerfen und nicht schon das nennen Dops Dops jetzt schon das na, 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 na warte mal ich hab keinen Seil mehr obwohl Jörn, du bist so doof ich kann mich hier craften Bum Jörn, warum? was denn? du hast die fucking falsch platziert hä? du hast die auf der linken Seite platziert und auf der linken Seite ist das Seil oh lord ich komm schon, sorry weg mit den Pfeilen hier weg mit den Pfeilen hier äh verändern jetzt geht's Achtung Jörn das ist alles er gut sucht nein, 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 ich klinge nein, ja ich klinge ihn einfach ich klinge ihn einfach er hat noch einen Zauber auf für dich Toast ah ich komm ganz langsam runter lebst du noch? ja, hier warte, was ist nicht du, du flügst warte, was ist nicht du, du flügst ich komm Wasser ich hole Wasser Wasser läuft kommt das Wasser eigentlich? ja, es ist schon da nice, nice, nice wow das ist ein Drück mal haben wenn du irgendwelche Pils hast oder so lol, weg geht's runter lol äh das war's mit Zobs warum musste ich eigentlich immer sterben und du überlebst einfach alles ich weiß es nicht 1.000 vier Jahre kannst du runterkommen wirklich schon eine schlimme Person kannst du da runterkommen kannst du da runterkommen Tops kannst du da runterkommen Tops Jürgen Jürgen was denn? mach sitz ah sitz ja, mach sitz komm sitz gipfelt hier jürgen bist du da? so, ich habe jetzt das Dings hier äh äh silber geh nach rüber und hol das andere silber er ist richtig für silber und da unten ist gleich ein netter also noch beim Bomben runterwerfen könnte es alles supi hast du nur Wasser? also ist genügend Wasser da? äh weiß ich nicht ja oben könnte noch was kommen wir fassen und da schön macht noch mal ein bisschen Wasser für uns ich habe gerade zwei gold verloren aber egal der goldstücke ich gehe da war hier zu dings so um kraft noch mal oben ich kraft oben ich gehe so zum ofen und kraft gold macht die rüste ja ich möchte rüste wenn du das für richtig teils heute schon falsch sein Nein, das ist schon wieder Blutmoons. Blutmoons, Blutmoons, Blutmoons. Ah! Jetzt kommen die ganzen Zombies wieder. Oh, lol. 100 Zombies, easy. So. Nice. Ich muss hier runter gehen. Jetzt haben wir alle die spawnen. Ist das hier offen oder zu? Ist eh zu hier. So. Hier haben wir noch eine Chest. Vielleicht mal irgendwie nach oben oder so. Weil die bauen die gerade nicht. So, ich lage mal kurz hier ein. So. Bam. Ähm. So, Tränke. Haben wir da. Bist schon ganz unten? Äh, ja. Ich bin dabei. So. Blöcke. Blöcke, die Blöcke, Blöcke. Oh, da ist der Flieger bei mir in mein Zimmer. Das ist nicht gut. So. Bam, bam. Äh. Taucheruhr. Habe ich denn eine Flugerlaubnis? 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 Ne. Gucken wir mal so eine Flugerlaubnis haben. Ist das eine Flugerlaubnis? Ist das eine Flugerlaubnis? Wenn wir zu fliegen, darf. Hä? Okay, Tops. In Deutschland ist das so geregelt, wenn du fliegen willst, dann musst du einen Flugschein haben. Okay. Okay, Tops. Ähm. So. Obsidian, äh, gebe ich auch hier an. Nein, ich komme wieder übelst viel Zombies rein. Nein, ich bin jetzt schon wieder. Oh, hier ist es natürlich, kommt so eine, so eine Federmausch, kommt diesen kleinen Kanal hochgeflogen. Ich muss ja kurz schnell anlagern irgendwie. Nein, jetzt kommt die auch wieder. So. Ich brauche jetzt einfach zu überall her. Ich muss nicht mehr reinkommen. So. Jörn, ich bräuchte jetzt noch ein bisschen, äh, von den Seilen. Ja, ich komme schon, Tops. Bräuchte ich wieder mal ein paar viele, sehr viele. So. Sekunde. So. So. Zauberhot gebe ich auch irgendwie zu den Waffen da rein. Oh, da freue ich auch da rein. Zauberhot auch. Das brauche ich irgendwohin. Ich habe keinen Platz mehr, Tops. Oh, du dick bist. Oh, du dick bist. Nein. So. Oh, lol. Wie lange dauert es, bis das Wasser abgelaufen ist? Was zur Hölle? So. Jetzt kommen keine Viecher mehr. Ich kann kein Viecher mehr ins Haus. So. Ich komme wieder runter, Tops. So. Vielleicht schon Kronleichter. Ich glaube nicht mehr lange, bis ich unten bin. Ich bin gleich die Hälfte runtergeflogen hier. Ich bin schon ganz weit unten, also. Ne, noch nicht ganz unten. Ne, noch nicht ganz, aber so gut wie. Okay, da komme ich gerade da oben. Ja, hier. Ähm. Ja, ne. Du kriegst mich mit seinen doofen Schweren ab. Bleib mir Ruhe. Ich komm, Tops, Tops. Halt durch. Oh, wo ist der Lava? Äh, Wasser meine ich. Warum nicht? Ich habe ein bisschen Wasser runtergelassen. Ein bisschen viel wahrscheinlich. Ein bisschen sehr viel Tops. Ich krieg keine Luft mehr, Tops. Hier sind noch mehr mit Wasser. Ganz so alles Fluten, Tops. Nein. Bitte, 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 schnell, 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 schnell. Ich krieg keine Luft mehr. Wir sind in der Hölle angelangt. Und ich sterbe natürlich einfach hoch. Oh, 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 oh. Wurde aus Schnitze entfernt von Höhe. Nein, 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 nein. Kann ich mal hoch. So. So. Du musst nur mitkommen, halt. Lass den Fledermaus wieder so eine Hölle-Fledermaus. Ja, gar nicht, wie fliegt schon hoch, also. Wenn du kommst, hat sie dich. Nein, was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Nicht so ein random Fähig. Bubaroter Beil. Was? Bubaroter Golf. Ey mein Juju ist übel zu nice. Nice, nice. Ich komm auch. Ich spring auch rüber, die Zombies rüber. Barsch, komm, wieder runter. Ich kann nicht so hoch springen wie du, das weißt du schon, ne? Ja, cool, du bist wirklich cool. Möchtest du was? Ich mach hier einfach so die Tür auf, damit du auf die Zombies reinkommen können. Nein, die Kinder, unsere Villagers, Tops. Ja, dann passiert das eben. Nein, Tops, jetzt kommen wir runter. Die haben sich selbst dazu entschlossen, dazu wohnen. Tops, komm runter. Das ist die Terien schuld. Ich bin schon wieder Wurm. Wenn ich sterben wollte, dann hätten sie sich woanders nehmen. Komm runter. Oh, komm ich da. Wenn ich mit dem runter gehen, also ich runter abseilen hier, schneller als runter fliegen. Ja, runter springen, wirst du. Ich glaub du bist genauso schnell. Ja, ja, genauso schnell, glaub ich, ja. Ah, du bist da oben noch. Wir brauchen jetzt, warte, warte, warte. Wir brauchen ein bisschen mehr von den Dingen, das uns führen. Was, ja. Ich hab noch ein paar. Ich hab noch ein paar. Von den Robes, Robes. Äh, ich glaub ich hab gefehlt. Ja. Oh, Knochen. Oh lol. Hast du hier grad gelb? Hast du hier grad gelb? Nee, ich hab gerade gelb. Mach mal der runter. Wie viel mal. So. Ich hab keine da, warte mal. Äh. Na. Ich helfe dir einfach als Schulz zu miteinander. Wie, mach mal, mach mal. Wir brauchen die Dings. Äh, du musst ja zusammen craften, dann siehst du so einen weißen... Äh, guck einfach mal mit mir da, Jörn. Wie, 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 wie? Mach man das? Die Netzzelle. Hä? Ah, jetzt. Ich hab nicht mehr... Äh, Jörn, da kommt. Was ist das für Jogo? J-Jogo. 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 Das ist mein... J-Jogo. 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 Ist das eigentlich netter als geflutet oder dass ich noch mal Wasser holen? Ich denke, es passt, oder? Mal gleich so sehen. So, ich war noch nicht unten. Ah. Ich brauch irgendwie Schlüssel von den, äh, Leader Science, glaub ich. Also die Pudgesse öffnen kann. Ah, ah. Ich hab euch also den Bomben geworfen. Egal, es war schon. Oh, ein Viech kommt zu uns. Was? Was bist du denn für? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wir haben 0,01% so einen Stab zu droppen, mit dem du dich teleportieren kannst. Lol, nice. Soll ich mich weiter nach unten bomben? Ja, viel weiter. Weißt du nicht, die Sounds sind auch schon anders. Wow, wow. Gehen alle Uptops genau runter. Ja, okay. Bam, bam, bam. Hast du noch mehr? Wow. Geh weg. Komm, geh weg. Komm, komm, komm. Krieg mal ein bisschen Schaden, komm. Was zur Hölle? Was denn? Wow, das ist ein Dämon. Ähm. Weg, 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 weg. Das ist ein komischer Dämon. Jön, bist gleich tot, das weißt du schon, ne? Ah! Okay, Tops. Äh. Ja. 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 Ich würde mal sagen, ähm. Das war's in der Folge, ähm. Aber dann lasst ein Like und ein Abo da für mehr Terraria. Ja, ja, ja. Also in der nächste Folge vielleicht in den Nether. Gehen sie auch wirklich in den Nether. Wir waren jetzt nur in den Vor-Nether oder wie es heißt. Äh. Ja, Tops. Willst du auch irgendwas sagen, Tops? Äh. Jön, äh. Steht auf Käsemilch. Hast du vielleicht Käsemilch? Okay. Äh. Oh, ich hab das bekommen. Ich hab ne Dämon-Sense bekommen. Dämon-Sense, okay. Äh, ja. Dämon-Dämon-Sense. Schauen wir uns nächste Folge an. Ja. Und. Ciao. Ciao. Winky!